Hallo, ich bin die Nana Oran-Lube, komme ursprünglich aus Frankreich, wohne aber in Stuttgart mit meinem bezauberten Ehemann hier. Wir sind heute, also seit gestern heute, auf diesem Internet-Marketing-Seminar von Heiko Reusler. Warum ich mitgekommen bin, eigentlich wollte ich mir so ein nettes Wochenende mit meinem Mann machen und habe ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, aber ich bin begeistert. Ich hoffe, man merkt das, es ist einfach unglaublich. Viele Sachen habe ich schon ein bisschen gewusst, ein bisschen Ahnung vom Internet-Marketing habe ich schon, aber ich habe viel Neues gelernt und auch die alten Sachen, die ich schon wusste, sind irgendwie anders angesprochen worden. Und ich habe viele Tipps bekommen und ich kann es anfangen, nicht erwarten, endlich loszulegen. Ja, mein Name ist Heiko Lube und wie immer komme ich bei meiner Frau kaum zu Wort, aber ich kann eigentlich nur hinzufügen, es hat sich für uns vollkommen gelohnt, das ganze Wochenende. Und am besten gefallen haben mir die Teile über Storytelling und Verkaufsführungen. Und also, wenn ich noch was hinzufügen darf, also wer im Internet erfolgreich sein will, kommt Heiko Reusler an, fange ich um. Der Typ ist unglaublich und Sie müssen unbedingt so ein Seminar besuchen. Hallo, mein Name ist Martin Zerbeck, ich komme aus Wörrach, bin hier auf dem Workshop von Heiko Reusler und bin sehr begeistert davon. Ja, schon nach dem ersten Tag konnte ich einiges am Abend umsetzen, gleich nach Hause gegangen, die neuen Eindrücke, die neuen Erlebnisse, das neue Wissen umgesetzt. Und für mich ist es sehr begeistert hier zu sein und auch diese neuen Informationen zu bekommen. Für mich war vieles Neues dabei. Ich denke, ich habe jetzt die nötige Motivation, das Geschäft auch richtig anzupacken, was mir vorher ein bisschen gefällt. Vielen Dank. Mein Name ist Markus Sustermann, ich komme aus der Nähe von Zerbrücken, aus dem Saarland. Und ich bin hier bei Heiko Reusler auf dem Internet-Web-Geschäfts-Seminar in Freiburg. Und ich bin sehr, sehr zufrieden und meine Erwartungen werden bis jetzt alle erfüllt. Ich bin Gesundheitsberater und arbeite seit sechs Jahren selbstständig im Personal-Coaching. Ja, und ich interessiere mich für Internet-Geschäfts, wie das funktioniert, wie man das aufbaut. Und das hat der Heiko hier wunderschön mir beigetragen. Der erste Tag ist vorbei und ich würde sagen, die Anreise allein schon hat sich gelohnt. Die Thematik ist ziemlich gut aufgebaut. Ich habe ziemlich viel Neues auch mitbekommen, vor allem diese Zwischentöne, die so in den Vorträgen mit reinlaufen. Die sind relativ, sag ich mal, neu und auch dann auch sehr wertvoll. Mein Name ist Günther Frey, ich komme aus Liechtenstein. Ich bin durch das Surfen im Internet auf Herrn Heusler gestoßen. Dieses Wochenende war sehr interessant und aufgelistreich für mich. Ich habe bis jetzt noch kein Projekt im Internet, aber ich möchte gerne über das Internet auch geliefert werden. Ich habe jetzt auch eine Idee, was ich machen könnte, aber ich wissen bisher noch nicht, wie ich das Ganze aufgelesen sollte. Jetzt auch durch das Abo von Herrn Heusler und durch den Workshop dieses Wochenende habe ich viele interessante Details und Anleitungen erhaltet, wie ich die ganze Sache angehen kann. Hallo, mein Name ist Klaus Storber, ich bin 60 Jahre jung. Was wir hier auf Herrn Heiko Heuslers Seminar, zwei Tagesseminar, erfahren haben, ist geballtes Know-how zur Vermarktung eines digitalen Informationsproduktes. Es ist keine Step-by-Step-Anleitung, wo er neuling sein Produkt ins Internet bringt, sondern hier werden die Elemente erläutert, die wirklich ein Produkt, das sehr erfolgreich im Internet verkauft wird, unterscheidet von erfolglosen. Das heißt, man kann es so machen oder nach der Heiko Heusler Methode. Ja, hallo, ich bin die Intra aus Ruhrbach. Ja, ich bin der Carsten, hallo. Ja, wir sind hier beim Heiko Heusler auf dem ersten Intensiv-Workshop hier am 28. und 29. März in Freiburg im Preisgau. Und ja, warum sind wir hier? Wir haben vor ungefähr 6, 8 Wochen eine eigene Website ins Netz gestellt. Jetzt wiege ich 32kg weniger.de, alles mit Bindestrich. Warum haben wir das gemacht? Ja, weil wir es geschafft haben, in 15 Monaten ich 32 Kilo abzunehmen. Und da haben wir eben unsere Story niedergeschrieben auf der Website, haben auch schon die ersten Erfolge verzeichnet und wollten natürlich, um das noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, haben wir uns auch beim Abo-System beim Heiko Heusler eingetragen. Und darauf sind wir jetzt auf dem Angebot gefolgt, eben mal diesen Intensiv-Workshop hier zu machen. Die ersten Wochen im Abo waren ja super, also es ist eine klasse Vorbereitung, wie man sich präsentiert, auf was man alles achten muss. Und der Workshop letztendlich ist ja ein super Aufbauseminar. Viele, viele Infos, die man jetzt auf seiner Seite anwenden kann und hoffentlich das Ding zum Laufen kriegt. Genau. Also das Abo ist natürlich auch zu empfehlen, wenn man überhaupt keinen Plan hat, jetzt wie stelle ich eine Seite ein, wie programmiere ich überhaupt eine Seite, wie kriege ich es überhaupt netzfähig, ist das Abo absolut zu empfehlen. Also wenn wir das vor drei Jahren schon mal gewusst hätten, wie das alles funktioniert, wir haben uns das alles, die ersten Schritte selbst angeeignet, dann wären wir heute mit Sicherheit ein Stückchen weiter. Und ja, wie du schon sagtest, das Aufbauseminar hier, mal ein Heiko live zu erleben, ich nenne jetzt einfach mal ein Heiko live zu erleben, und das Team von ihm ist schon eine schöne Sache. Und vor allen Dingen auch in den Pausen oder auch beim optionalen Abendessen sich mit anderen auszutauschen und auch mal mit dem Team oder auch mit dem Heiko Häusler nochmal ein Smalltalk zu gehen, mal das eine oder andere zu fragen, was ja sonst fast nicht möglich ist. Das ist eigentlich schon eine sehr fruchtbare Situation, muss man sagen. Also das hat uns schon, allein nur der Austausch, schon einige neue Erkenntnisse gebracht, die wir jetzt auch umsetzen werden und bleiben am Ball.